Hi, hier ist Jan vom Fernseher der Fachhochschule Münster. Ich habe in den letzten Wochen den Welcome Service begleitet und was dieser anbietet, das seht ihr jetzt. Ich glaube auch vor allem, dass es sehr wichtig ist, dieser Service, weil ich selber im Ausland war und weiß, wie schwer der Anfang ist und einfach, dass man so einen Anschluss findet an die Kommilitonen und einfach ein bisschen die Stadt kennenlernt und irgendwie so ein soziales Umfeld sich schafft, was man halt am Anfang als Auslandstelle eigentlich nicht hat. Assalamu alaikum. Hola, chico. Es gibt immer Kleinigkeiten, wo man immer mal einen Ansprechpartner braucht, da sind wir dann, aber größtenteils erleben wir coole Aktionen und haben ganz viel Spaß. Wir wollen heute mit den Studenten auf den Münsterrader Wochenmarkt gehen und denen das Ganze mal ein bisschen zeigen und eine kleine Foto-Reihe mit denen machen. In der Regel gibt es vom Welcome Service so ein- bis zweimal die Woche irgendwelche Aktivitäten, was die unternehmen. Es gibt öfter mal ein Get-Together, wo die abends in der Kneipe zusammensitzen und Bier trinken können. Ich bin Ivan, ich komme aus Kolumbien und ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Also ich finde, Deutschland ist ein sehr organisiertes Land, das Verkehr funktioniert hier ganz gut, die Straßen sind sauber. Was ich aber nicht so gut finde, ist, dass hier die Leute zu geschlossen sind. Sie sind nicht so freundlich am Anfang. In Kolumbien sind die Menschen viel offener und herzlicher als in Deutschland, generell in Südamerika. Hallo, ich bin Jonas, ich komme aus Kamerun. Ich bin 22 Jahre alt und seit Dezember bin ich in Deutschland. Ich nehme teil zu den Tandems. Also Welcome Service finde ich sehr interessant, denn ich hatte einige Probleme mit der Sprache. Also ich wusste nicht genau, wie läuft das Studium hier in Deutschland. Und also dank dem Welcome Service habe ich einige Lösungen gefunden und ja, das freut mich sehr. Ich bin Guy, ich komme aus Kamerun und ich bin 21 Jahre alt. Mir gefällt Deutschland sehr. Also besonders Münster, viele Fahrräder, ruhige Stadt. Ja, das beste Ort wie das Studium. Okay, ich bin Laura, ich komme aus Kolumbien. Ich bin 22 Jahre alt und ich bin Kala Studentin. Ich bin Ragnar, ich bin 22 Jahre alt und ich bin Designstudentin. Der Welcome Service hat uns zusammengebracht und wir sind froh, Tandem-Partnerin zu sein und es ist auf jeden Fall eine multi-kulturelle Freundschaft. Eine sehr gute Erfahrung. Ja, jetzt kann ich ein bisschen Englisch verstehen. Als ich hier in den Minister gekommen bin, konnte ich nicht, kein Englisch. Und jetzt kann ich ein bisschen verstehen und ja, das ist dank dem Welcome Service. Also ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Derjenige, der Deutsch lernen möchte, muss einfach hier vorbeikommen und teilnehmen. Ja.